Mehr als eineinhalb Jahre ist es her, dass Bibi und Julian Claßen das Ende ihrer Beziehung bekannt gaben. Fans sehnen sich jedoch immer noch nach News und Updates zu den beiden – vor allem, da Bibi sich seither aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Nun verrät Julienko gemeinsam mit seiner Freundin Tanja in einem neuen YouTube-Video, ob und wie viel Kontakt er zu der Mutter seiner beiden Kinder, Leo und Emily, hat. Bevor Tanja die Wissbegierde der Follower stillt, stellt sie klar, dass diese Frage nach Bibi so häufig von Followern kommt, dass es nicht nur sie selbst, sondern auch Bibi und Julian nervt. Daher will das Paar darauf eingehen, ein einziges und letztes Mal. Ja, natürlich, sie ist die Mutter von Leo und Emmy, also, das fände ich auch irgendwie komisch, wenn ihr keinen Kontakt hättet oder wenn wir keinen Kontakt hätten, so Tanja. Also es herrscht einfach Frieden, es ist alles entspannt, das einzige Drama findet halt online statt, ergänzt Julienko. Da können Fans also aufatmen. Weiter erklärt das Paar, dass auch die Erziehung trotz der Trennung gut funktioniere. Es ist alles super, wir leben alle in Frieden, es ist ein super Co-Parenting, was ihr da macht. Der Wochenwechsel ist immer super, es ist alles immer ausgeglichen, es ist toll, alle sind happy, macht Tanja deutlich. Weiter stellt das Couple klar, dass jeder Kontakt zu Bibi hat und sie sich sogar mit ihr an einen Tisch setzen. Auch Tanja versteht sich gut mit ihr. Julian fände es sogar unerwachsen und dämlich, wenn man nicht miteinander sprechen könnte. An Geburtstagen und an Weihnachten treffen alle aufeinander, verrät Tanja. Somit scheinen alle Fragen beantwortet zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020